Du packst dein Saxophon aus, du legst die Noten zurecht und du bläst den ersten Ton. Und er klingt schauerlich. Kennst du das? Das war nicht anders zu erwarten, denn du hast eine Sache nicht beachtet. Die imaginäre Grenze zwischen Alltag und Saxophonspielen. Die musst du überwinden, aber bitte nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das Tor zum Saxophonspielen heißt Warming Up. Was es ist, warum es so wichtig ist und wie du es machst, das erfährst du in diesem Video. Mit einem Warming Up bereitest du dein Instrument, deinen Körper und deinen Kopf auf das Saxophonspielen vor. Du erreichst Geschmeidigkeit im Klang, Leichtigkeit im Spiel und bist mental flexibel. Und das vom ersten Ton an. Das klingt doch schon mal gut. Was heißt es nun, das Instrument aufzuwärmen? Das kannst du durchaus wörtlich nehmen, denn gerade im Winter ist dein Instrument vor dem Spielen kalt. Spiele lange Töne, um es mit deiner Atemluft aufzuwärmen. So lange, bis die Intonation stabil bleibt. Erst dann macht es vor einer Probe Sinn, mit den anderen einzustimmen. Doch auch im Sommer kannst du mit langen Tönen, Intervallen und Tonleitern die Funktionsfähigkeit deines Instruments überprüfen. Ich zum Beispiel checke mit zwei Intervallen, ob die Gis- und die Tief-Cis-Klappe kleben oder sich bewegen lassen. Das Saxophon-Spielen ist wie Sport. Die Körpermuskulatur muss aufgewandt werden, wie bei einem Fußballer vor dem Spiel. Erst wenn seine Muskulatur geschmeidig ist, kann er loslegen. Du spielst ein Blasinstrument. Da geht es also um Luft, um deine Atmung. Besonders krass ist doch, dass wir im Alltag die Atmung gar nicht beachten. Das ist die Kluft zwischen Alltag und Saxophon-Spielen, die ich vorher angesprochen habe. Profis beginnen ihr Warming-Up auch mal ohne Instrument. Klopfe deinen Oberkörper, deine Schultern und deine Arme ab. Und so entspannst und aktivierst du deine Muskulatur. Das Aufrichten des Oberkörpers ist für die Atmung entscheidend. Das knackst heute aber. Ich bin heute sehr lang gesessen. Da helfen dann auch mal Dehnungsübungen, um deinen Brustgürtel zu öffnen. Probier es einfach mal aus, ob du danach besser mit dem Saxophon-Spielen starten kannst. Die langen Töne, mit denen du dein Instrument aufwärmst, die nutzt du vor allem, um deinen Luftstrom zu spüren. Spiele deswegen auch Varianten, zum Beispiel an- und abschwellende Töne. Ich richte meine Aufmerksamkeit bei den langen Tönen auf noch etwas anderes. Zu Beginn nutze ich die langen Töne vor allem, um die Verbindung von meinem Körper zum Instrument herzustellen. Ich stehe stabil auf beiden Füßen. Ich richte meinen Oberkörper auf und dann greife ich den ersten Ton. Ich spüre den Druck der Finger auf den Klappen und spüre auch die übrigen Finger. Dann lege ich meine Schneidezähne auf dem Mundstück ab und spüre sogar mein Kopfgewicht auf dem Mundstück. Diesen Zustand nenne ich spielbereit. Und der muss sich gut anfühlen, bevor ich den ersten Klang blase. Diese bewusste Wahrnehmung meines Körpers übe ich bei mehreren langen Tönen. So schaffe ich erstmal ein Fundament für einen stabilen Luftstrom. Sobald ich dann einen stabilen Klang höre, weiß ich, jetzt sind mein Luftstrom und meine Lippenspannung bereit für die nächsten Übungen. Jetzt konzentriere ich mich auf meine Zungenbewegung. Ich mache bei den langen Tönen gleichmäßige Zungenstöße. Ich achte darauf, dass der kontinuierliche Luftstrom durch meine Zungenbewegung nicht abgebrochen wird. Jetzt erst kommen die Finger dran. Die sind im Alltag niemals so gefordert wie beim Saxophon spielen. Deshalb möchte ich sie erst einmal bewusst aktivieren. Dafür wähle ich besondere Intervalle aus. Zum Beispiel die Verbindungen um Gis und Cis, um erst einmal das Saxophon zu prüfen. Oder ich nehme Intervalle, die besondere Beachtung brauchen, weil sie immer wieder unsauber sind. Zum Beispiel die Wippe H1C2 oder B2C3. Oder ich nehme ein besonderes Intervall aus meinem aktuellen Stück. Dabei achte ich vor allem auf die Sauberkeit der Bewegung und auch wieder auf den kontinuierlichen Luftstrom. Deshalb wechsle ich die Griffe bewusst und ohne Eile. Bei der Oktavübung spüre ich den hohen Ton im Kopf und den tiefen Ton im Brustraum. Das sind ihre Resonanzräume. Schau mal, was passiert, wenn dein Brustraum eng ist. Dann oktaviert der tiefe Ton nach oben. Im Alltag sind deine Resonanzräume wie versiegelt. Durch ein gezieltes Warming-Up kannst du sie öffnen. Zum Abschluss spiele noch eine Tonleiter. Das ist die Kür des Warming-Ups. Genieße sie. Spiele sie deshalb ganz ruhig, fließend und ganz gleichmäßig. In einer Tonleiter, da ist alles drin. Die hohen und die tiefen Töne, die fühlen sich eigentlich komplett unterschiedlich an. Doch lasse die Übergänge geschmeidig klingen und dann fühlen sie sich super an. Dann weißt du auch, ob deine Resonanzräume offen und frei sind. Dein Oberkörper füllt sich nicht nur mit Luft, sondern auch mit Klang. Deine Finger bewegen sich ganz bewusst von Ton zu Ton. Und deine Luft strömt mit Leichtigkeit in das Saxophon. Du spürst, dass dein stabiler Stand tatsächlich das Fundament für deinen Klang ist. Großartiges Gefühl. Den Körper aufzuwärmen bedeutet also, dass du dich dem Instrument bewusst annäherst, dass du deinen Luftstrom, deine Lippen und deine Finger aktivierst und deine Resonanzräume öffnest. Das muss als Warming-Up nicht länger als 5 Minuten dauern. Wenn du aber weißt, worauf du achten kannst, dann kann es sogar schneller gehen. Oder wenn du spürst, dass heute nicht so recht dein Tag ist, dann nimm dir einfach mehr Zeit dafür. Bereichere jede der vier Übungen, lange Töne, Intervalle, Oktaven und Tonleitern durch Varianten, abhängig von Zeit, Level und Stück. Nimm für jede Übung konkrete Beispiele aus deinem aktuellen Stück und mache so eine Einspielübung für dein Stück daraus. Oder intensiviere einzelne Aspekte des körperlichen Warming-Ups, indem du zum Beispiel Vorübungen ohne Instrument zu den Resonanzräumen machst. Das wird dann zu einem ausgiebigen Geschmeidigkeitstraining. Ein ausführliches Übungsprogramm dazu findest du zum Beispiel in meinem Lehrheft Schule der Geschmeidigkeit. Ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt hast du dich überzeugt, dass dein Instrument spielbereit ist und hast deinen Körper gründlich auf das Saxophon spielen vorbereitet. Doch das reicht nicht immer aus. Da gibt es nämlich noch den Kopf. Und der kann dir einen ziemlich dicken Strich durch die Rechnung machen. Ich habe unter meinen Schülerinnen und Schülern einige Menschen, die wirklich häufig bei großen Anlässen sprechen. Doch beim Vorspiel im Schülerkreis sind sie genauso aufgeregt und nachher erleichtert wie diejenigen, die es nicht gewohnt sind, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist doch erstaunlich. Woran liegt das? Für mich gibt es da eine einfache Erklärung. Die Musik ist eine Kunst in Abhängigkeit der Zeit. Will heißen, in dem Moment, wo du den Klang erlebst, ist er auch schon wieder vorbei. Die meisten sind deshalb voll und ausschließlich darauf fokussiert, den richtigen Ton zu spielen. Und sie merken gar nicht, wie sehr sie dabei verkrampfen. Kennst du das womöglich? Doch eigentlich geht es vielmehr darum, den Moment, und selbst wenn es ein falscher Ton gewesen ist, loslassen zu können und in der Musik zu bleiben. Das braucht Gelassenheit und Aufmerksamkeit zugleich. Das braucht Spontanität und Flexibilität. Das ist je nach erlebten Alltag gar nicht so leicht umzusetzen. Und oft merken wir auch gar nicht bewusst, was sich da im Hinterstübchen so alles angesammelt hat. Stelle dir vor, das Saxophon könne das Verborgene spüren. Und es quietscht und blökt, sobald es etwas davon entdeckt hat. Mir hilft dieses Bild, denn dann weiß ich, dass ich gerade die Übungen für den Luftstrom noch bewusster machen sollte. Die Körperübungen helfen hier total. Die Buddhisten haben das schon lange erkannt. Sie sagen, die Atmung sei die Verbindung von Geist und Körper. Mache das zur Grundidee für dein Saxophonspielen. Noch ein Tipp zum Thema Lampenfieber. Lampenfieber ist normal und positiv. Das wird verständlich, wenn du dir klar machst, dass es in der Musik um den Moment geht. Lampenfieber mag sich unangenehm anfühlen. Doch es hilft dir, wach, spontan und flexibel zu sein. Denn Lampenfieber schärft deine Sinne. Allein diese Deutung des Begriffs kann schon vieles lösen. Wenn dich die Situation jedoch beklemmt und hemmt, dann ist es kein Lampenfieber, sondern dann ist es Verunsicherung. Konzentriere dich auch in diesem Fall auf deinen Luftstrom, damit du dich wieder aufs Spielen fokussieren kannst. Versuche dann nach und nach herauszufinden, was dich genau in dieser Situation verunsichert hat. Es gibt auch Übungen speziell für den Kopf. Das nennt man mentales Training. Es ist besonders für Vorspielsituationen geeignet. Denke dein Stück durch und erinnere dich daran, worauf du an bestimmten Stellen achten musst. Zum Beispiel Griffwechsel, Einsätze oder auch auf Bilder, die deinen musikalischen Ausdruck unterstützen. Bewege dabei auf keinen Fall die Finger mit. Das lenkt den Kopf nur ab. Wenn du dein mentales Training intensiver gestalten willst, mache parallel die Atmung und das Blasen mit. Achte darauf, dass deine Gedanken und dein Luftstrom im gemeinsamen Flow sind. Das ist eine krasse Konzentrationsübung. Echt Profileit. Probier es einfach mal aus. Es bewirkt Wunder. Wie merkst du, dass du zum Spielen bereit bist? Die Luft ist alles. Wenn sie fließt, weißt du, dass dein Instrument funktioniert und dein Körper und dein Kopf frei sind. Mit deinem persönlichen Warming-Up-Programm fühlst du dich sicher für den ersten Ton. Egal, ob du nur kurz spielen willst, nutze dein Warming-Up, damit dein Lieblingsstück vom ersten Moment an lebendig klingt. Viel Spaß beim lebendigen Saxophonspielen. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.